hier sind die news von mallorca so und wir können hier auf jeden fall schon mal was zeigen was uns gehört quasi also wir dürfen das nutzen und sind gebeten das hier ein wenig zu bewirtschaften und aufzubauen dafür können wir uns dann hier nicht vorne vor sondern da drauf mit unseren wohnmobilen hinstellen da hinten steht auch ein wohnwagen das ist hier einfach und vom bürgermeister von kandpika vor zur verfügung gestellt worden das haben wir hier in grandioser zusammenarbeit des ihr mit 12 mal 12.info hinbekommen wo wir jetzt hier auf jeden fall ja unser eigenes kleines stückchen mallorca haben wo uns niemand wegscheuchen wird weil der bürgermeister von kandpika vor quasi der besitzer ist und er sagte naja irgendwie komme ich hier nie hin und hier hat schon mal irgendwann vor ein paar jahren ein hippie irgendwie angefangen was zu bewirtschaften und so und ja also hier haben wir jetzt auf jeden fall die möglichkeit ein bisschen hier so schon mal mit permakultur zu machen und beete anzulegen und unsere wohnmobile hier drauf zu stellen natürlich kann man das auch mit zelten machen was wir hier jetzt gerade auch dabei sein möchte und mit zelt einfach dabei sein möchte er kann dann auch hier im zelt pennen oder von zelt mit und ja alles was man so ein werkzeug jetzt hier brauchen kann ich glaube mit einer sense kommen wir auf jeden fall schon mal ganz gut weit so und hier sind schon pia und irene von 12x12.info bekannt aus dem buch könig ja geil omad geil geil hammer geil richtig geil geil richtig richtig geil Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020